Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Web In! Heute mal mit einer anderen Kamera oben in der Ecke. Ja, ihr wisst schon, ihr seht's ja. Jetzt mal schwarz-weiß gehalten, das heißt, ihr seht mal ein bisschen mehr. Wenn es zu viel für euch ist, dann tut es mir halt leid, dann müsst ihr jetzt erstmal die nächsten paar Minuten, Stunden, ja eher eine Stunde ungefähr, dürft ihr jetzt damit klarkommen müssen und ja, mal gucken, ob es euch so besser gefällt. Jetzt ist es ja, was ist eigentlich oben rechts oder oben links, wie ich's machen soll. Ach egal. Ja, ist gut, Mann, Mädel. Oh, Weiber! Entschuldigung, wenn ich abends mal trinken muss, nebenbei, huch. Mein Hals ist ziemlich trocken. Und wenn die Kamera leckt, tut's mir natürlich auch leid. Und wenn's Asynchron ist, erst recht, soo Was wollte ich denn eigentlich? Nee, das wollte ich nicht. Das ist die Umbrella Corporation, oder? Nee, sah doch so aus. Hilfe? Okay, da schlage ich zu. Okay, da schieße ich. Und da mach ich die Tür auf, okay. Ich glaub, wir mussten jetzt mit dem Dicken gehen, ne? Nein, ich will nicht. Oh, Hilfe. Äh, sorry, wenn ich dort schlucke. Ich hoffe im Übrigen, dass das Rauschen besser geworden ist. Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht richtig. Hä? Äh, oh. Da mal nichts drin. Hä? Da ist der drunter, oder? Kann ich da schon rein? Nee. Du, 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 ich geh hier oben rein. Das mach ich ganz fein. Ich glaub, jetzt muss ich nach unten, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was es jetzt war. Äh. Dann. Ja komm. Muss das jetzt sein Mädel. Junge. So. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Wir müssen, die wir machen es nicht. Und dann. Schaum, die wir schaum. Und dann. Ich weiß es nicht so. Ich weiß es nicht. Und dann. Wir müssen. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ah, da ist ein Dämmchen. Dann kann ich doch mal rennen. Ah, da. Uiuiuiui. Alter. Ja, bleib doch noch stehen da. Bleib doch jetzt stehen, Mädel. Was muss ich denn nochmal machen eigentlich mit dem? Kann mir das einer sagen? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Alter. Ich habe keinen Blasenchen, was ich tun muss. Ich will das schnell erledigen. Ja, wie denn? Mit was denn? Bleib doch oben. Ist der überhaupt oben? Der ist da oben. Geh doch nicht wieder hoch. Mensch, Junge. Was muss ich denn eigentlich erledigen? Muss ich auf ihn schießen oder so? Oh, oh. Aua, 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 Aua. Munition, alle. Alter. Scheiße. Ah, fuck me. Verdammt. Nee, hoch. Schenk ihn hier fest. Hab ich ihn jetzt? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Moment. Moment. Ich hab... Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgelutzten Kettensäge kleben die verschiedenen Überreste. Na, lecker. Ich hab ihn. Aber ich hab ihn. Alter. Alter. Entschuldigung. Der Typ hat mich jetzt grad echt so fertig gemacht. Aber... Ich hab's hier schraubt. Geh, geh, geh. Toll. Zwei Stück. Zwei Stück. Yay. Damit zeigen wir es jetzt den... 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 Viechern. Was auch immer. Nääääh. Hahahaha. Können wir... Hat er jetzt? Warum? Warum hat er die weggeschmissen? Wir hätten doch so wunderbar... Der schmeißt die Kettensäge weg. Ich hätte einfach durch die Leute rennen können. Nein, der schmeißt... Darauf muss ich jetzt... Oh, sorry. Ich muss mal kurz was trinken. Oh Gott. Da liegt ja auch noch. Warten Sie. Ah, Officer. Nehmen Sie mich mit. Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Ich hätte die Kettensäge doch mitnehmen können. Kapitel 3 benebt. Yay. Speichern. Ich will die Kettensäge wieder haben. Durch die Nase, Entschuldigung. Ich meine... Da hat man eine Kettensäge. Das muss man nicht erklären. Das ist schon Erklärung genug. Da kann man einen auch alleine auf Bladderface machen. Ja, das ist wohl eigentlich nicht. Das ist nicht erlaubt. Unsichtbare Gegner hier lassen Spuren, wenn sie durch die Pfütze noch... Es gibt unsichtbare Gegner. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss gleich weinen. Ich will keine unsichtbaren Gegner. Nur sichtbare. Verbesser deine Nachhaltigstündigkeit um die Wasserzeit zu vergessen. Ja. Muss ich noch machen. Und ja. Ich mache diese Bewegung, diese... Augenroll und... ... Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Punkten Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes geht das auch wirklich nicht. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Heheheh. Heheheh. Ich glaube, was rennst du denn da auch vor, ey? Sorry, weil ich jetzt vergessen habe, die Kamera auszuschalten. Normalerweise mache ich das, aber ich habe es halt vergessen gerade. Und ich gestikuliere hier mit der Hand dabei. Muss ich hier oben rum gestikulieren, nicht hier unten. Das seht ihr ja sowieso. Keine Sau, wenn ich unten gestikuliere. Und ja, das mache ich alles. Diese Gestikulationen mache ich auch. Ähm... Wenn die Kamera nicht an ist. Aber ich hab gerade geklimpert gehört. Nein, 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 da bist du noch mal. Oh Gott. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Was zum Teufel, war das gerade eben? Alter, Herzinfarkt. Yay, Streichhölzer. Was war das gerade eben? Egal, ich guck da hin. Was war das gerade eben? Egal, ich guck da hin. Was war das gerade eben? Ich höre hier die Musik hier, fühle ich mich safe. Wir müssen los. Quatsch, bin ich in die Suppe. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Miriam wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Das ist etwas zwischen uns. Da ist etwas zwischen uns, das so viel steht fest. Da ist etwas zwischen uns, so viel steht fest. Jetzt aber. Entschuldigung. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Das ist mein guter Mann, wirst du sehen. Entschuldigung. Wir müssen los. Ich setze erstmal die Inneneinrichtung. Und dann gehe ich weg von dir. Weit weg. Na, da. Okay. Warum ist das hier so komisch gehalten? Soll ich mich nicht immer rechtzeitig, äh, Bild weg machen oder zu früh und nicht zu lange, äh, zu lange das Bild weglasse, das ist keine Absicht schon hier. Ich bin mit dem Timen noch nicht allzu gut. Hey! Geh hin, super. Yay, äh, Munition. Boah, ich erwarte gerade jeden Jumpscare, den es hier überhaupt gibt, innerhalb von kürzester Zeit auf mich zu treffen. Wo ist die Olle? Ich kann nicht da rein. Kann ich speichern? Nein. Okay. Ich geh mal hier. Vermisster Patient gefunden. Vermisster Patient gefunden. Vermisster Patient gefunden. Betreuer über... Betreuer äußerst besorgt. Der seit vergangenen Dienstag vermisste Psychiatriepatient hatte sich in einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Jimenez überzeugt, es war Gottes Wille. Um Gottes Willen, Kind. Vermisster Patient gefunden. Dr. Valerio Jimenez. Jimenez, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eigentümer des Hospiz in Elk River, zuletzt wurde er auf eine Fahrt in die Stadt gesehen. Es ist nicht darum, wir jetzt hingehen. Hm. Okay. Aber, da ich diese Folge heute noch hochladen muss und wir schon 18 Minuten haben, sage ich für heute erstmal tschüss und wir sehen uns übermorgen. Tschau. Mann siebt sich.